Das 3. Jahrhundert begann am 1. Januar 201 und endete am 31. Dezember 300. Es markiert für das Römische Reich den Übergang vom Prinzipat zur spätantike Zeitalter-Epoche. Das Römische Reich wird in den Jahren 235 bis 285 von den sogenannten Soldatenkaisern regiert. Diese werden meist im Rahmen von Usurpationen von den Legionen zum Kaiser ausgerufen und regieren oftmals nur wenige Monate. Diese Phase der römischen Geschichte wird traditionell auch als die Zeit der Reichskrise des 3. Jahrhunderts bezeichnet. Erst Diokletian gelingt ab 284 durch Reformen eine Stabilisierung. Damit beginnt die Epoche der Spätantike. Das Christentum wird erstmals im ganzen Römischen Reich systematisch verfolgt. Behauptet sich aber trotz äußerer Widernisse und dem inneren Kampf um seine Vereinbarkeit mit dem Privateigentum und dogmatischer Streitigkeiten wie dem Ketzertaufstreit. Ausgehend von Alexandria erleben die pagane griechische Philosophie und Mathematik eine Renaissance. Im Iran wird das Sassanidenreich begründet. Die Pyramiden der Maya leiten in Mittelamerika eine Epoche der Monumentalbauten ein. In Japan erfolgt eine Trennung von Kirche und Staat. China ist von 220 bis 280 geteilt. Diese Zeit der drei Reiche wird durch Kaiser WU von JIN beendet. Ereignisse, Entwicklungen Mit der Konstitution Antoniniana wird im Jahr 212 fast allen persönlich freien Bewohnern des Imperium Romanum das römische Bürgerrecht verliehen. Seit 231 kommt es wiederholt zu heftigen Kämpfen zwischen den Sassaniden und Rom. Die Gebiete östlich des Rheins, nördlich des Bodensees und westlich der Illa werden um 260 vom Römischen Reich geräumt und fallen dauerhaft in die Germanen. 250 kommt es zur ersten reichsweiten Christenverfolgung im Imperium Romanum. 262 zerstören Goten den Artemis-Tempel von Ephesos, eines der sieben Weltwunder der Antike. 267 plündern germanische Herula Athen. 293 begründet Diokletian die römische Tetrarchie. Fortan gibt es bis 476 stets mindestens zwei Kaiser im Reich. Bauwerke 201 Ende der Bauarbeiten an den Barbara-Themen in Trier. Persönlichkeiten Ceau Ceau Wegbereiter der Weei-Dynastie Cyprien Nordafrikanischer Kirchenlehrer und Bischof von Kartago Plotin Griechischer Philosoph aus Alexandria gilt als der Hauptvertreter des Neu-Platonismus Paulus von Samosata Kirchenlehrer aus Vorderasien Bischof von Antiochia und Ratgeber der Königin Zenobil von Palmyra wurde als Herr Ethiker aus der christlichen Kirche exkommuniziert. Simayi Wegbereiter der JIN-Dynastie Simayan Vereiniger Chinas Aurelian Römischer Kaiser von 270 bis 275 Diophantos von Alexandria Griechischer Mathematiker Longinos Griechischer Philosoph und Sprachwissenschaftler syrischer Herkunft Shapuri König von Persien Zenobie Herrscherin von Palmyra und des römischen Orients Mani Persischer Religions Begründer des Manichäismus Papus Griechischer Mathematiker in Alexandria Kelso Griechischer Philosoph älteste bekannte Streitschrift gegen das Christentum wahre Lehre Origenes christlicher Theologe wurde beauftragt eine Schrift gegen Kelso zu verfassen Porphyrios Philosoph aus Vorderasien Probus Römischer Kaiser von 276 bis 282 Diokletian Römischer Kaiser von 284 bis 305 Pamphilus von Caesarea Priester und Kirchenlehrer aus Phönizien wurde als Christ gefoltert, eingekerkert und enthauptet Antonius der Große, auch Antonius Abbas oder Antonius Eremiter, ägyptischer Mönch, Asket und Einsiedler Arius christlicher Presbyter aus Alexandria Nach ihm ist die Lehre des Arianismus benannt Lactantius ein aus der Provinz Afrika stammender Priester, Rhetoriker und Kirchenlehrer Eusebius von Caesarea, Bischof und Kirchenlehrer als Vater der Kirchengeschichte bezeichnet Jamblichos, griechischer Philosoph aus Chokis Behaser, indischer Dichter, Vorreiter des klassischen indischen Dramas Donatus, nordafrikanischer Religionsphilosoph und Priester Konstantini, auch bekannt als Konstantin der Große, war römischer Kaiser von 306 bis 337 Fasier, nordafrikanischer Prediger und Freiheitskämpfer Liu Haui, chinesischer Mathematiker Erfindungen und Entdeckungen 216 Kaiser Caracalla vollende den zehn Jahre zuvor begonnenen Bau der nach ihm benannten größten öffentlichen Badeanlage Rums, den Caracalla-Thermen Um 230 Claudius Aelianus beschreibt die vom Zitterrochen ausgehende, betäubende Wirkung Um 250 In China werden erste eiserne Hängebrücken gebaut Um 260 In Skandinavien sind Schlittschuhe mit Eisenkufen in Gebrauch 284 In Alexandria wird die diokletianische Zeitrechnung eingeführt Die mit der Thronbesteigung des römischen Kaisers diokletian beginnt und später von den christlichen Kopten übernommen Um 290 Papus von Alexandria entwickelt die später als guldensche Regeln bekannten Formeln zur Berechnung von Rauminhalt und Oberfläche von Rotationskörpern 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 Rotationskörpern